Der helle Wiesenknopf Ameisenbläuling ist ein Schmetterling aus der Familie der Bläulinge. Die Art wird auch als großer Moorbläuling bezeichnet und zählt zu den mimikophilen Arten. Merkmale Die Flügeloberseiten sind silbrig-hellblau gefärbt und besitzen eine Reihe zarter schwarzer Punkte. Die schmutzig-braunen Flügelaußenränder sind mit einer weißen Randzeichnung versehen. Die Flügelunterseiten sind viel heller als bei Feengaresnaus aus und durch zwei Reihen schwarzer Punkte gekennzeichnet. Die innere Punktreihe ist dabei kräftig schwarz und weiß umrandet, während die äußere klein und undeutlich ist. Auf der Hinterflügelunterseite befindet sich eine kleine blaue Basalbestäubung. Ähnliche Arten Lungenentian Ameisenbläuling, Kreuzentian Ameisenbläuling, Quendelameisenbläuling, dunkler Wiesenknopf Ameisenbläuling, geografische Verbreitung und Lebensraum. Die Art ist sehr selten und kommt nur lokal vor in Frankreich, nördliche Schweiz, Norditalien, Süddeutschland, Westdeutschland, Mitteldeutschland, Österreich, Ungarn, Slowakei, Südpolen, Spanien. Der helle Wiesenknopf Ameisenbläuling bewohnt blütenreiche Feuchtwiesen und feuchte Quellwiesen in Tälern und an Berghängen sowie an Bächen und Gräben. Das Vorkommen der Art ist an das Vorhandensein des großen Wiesenknopfes gebunden. Eine wichtige Rolle für die Bestandsgröße des Bläulings und seiner Wirtsameise spielt das Vorhandensein von Saumstandorten, die entweder gar nicht oder nur unregelmäßig bewirtschaftet werden, lebensweise. Die Entwicklung dauert ein bis zwei Jahre. Die Falter fliegen von Mitte Juni bis Mitte August. Sie haben ein enges Nektarpflanzenspektrum. Die wichtigste Nektarpflanze der Falter ist der große Wiesenknopf. Beobachtet wurden auch Blütenbesuche an Blutweiderichen, Heilziehst, kleiner Braunelle und Vogelwicke. Das Weibchen legt die Eier einzeln an noch nicht blühende Köpfchen des großen Wiesenknopfes. Die jungen purpurrot gefärbten Raupen fressen zunächst in den Blüten ihrer Futterpflanzen und werden im Herbst. Nach der dritten und letzten Häutung in Ameisennister der trockene Rasenknoten Ameise getragen, sie leben dort räuberisch von Ameisenbrut. Etwa 98% der Biomasse der Puppe stammt so von den Ressourcen des Ameisenvolkes. Es wurde geschätzt, dass bei den räuberisch lebenden Fengarisarten etwa 350 Arbeiterinnen mittelbar nötig sind, um eine Fengarislarve zu ernähren. Diese Zahl wird benötigt, um die Nahrung für die Ameisenbrut zu beschaffen, die von den Fengarislarven gefressen wird. Das myrmekophile Verhalten der Fengarisarten wird als Sozialparasitismus bezeichnet. Die Verpuppung erfolgt im späten Frühjahr des folgenden Jahres oder bei im ersten Jahr klein gebliebenen Raupen erst im Frühjahr des darauf folgenden Jahres. Parasiten Von zwei der drei mitteleuropäischen Fengarisarten, die räuberisch von Ameisenbrut leben, war bekannt, dass sie von Schlupfwespen parasitiert werden. Bei Fengarisnausiaus ist es die Art Neotypus Puscellus gregor, 1940 und bei Fengarisarion eine spezifisch nicht bestimmte Art von Neotypus. Erst vor kurzem gelang auch der Nachweis, dass auch der helle Wiesenknopf Ameisenbläuling von einer Neotypusart parasitiert wird. Vermutlich von Neotypus Melanocephalus Gefährdung und Schutz. Durch die sehr lokalen Vorkommen begrenzt durch das Vorkommen der Raupennahrungspflanze ist der helle Wiesenknopf Ameisenbläuling stark gefährdet. IUCN Gefährdet Rote Liste BRD 3 Rote Liste Baden-Württemberg Rote Liste Sachsen Rote Liste Rheinland-Pfalz 2013 zu 2 Rote Liste Österreichs Wo ist gleich 3? Der helle Wiesenknopf Ameisenbläuling ist wie der dunkle Wiesenknopf Ameisenbläuling in Anhang 2 und IV der FFH-Richtlinie gelistet und wird daher auch auf europäischer Ebene streng geschützt. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten Schutzgebiete für das Natura 2000 Netzwerk für Habitat diese Art ausweisen und den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes gewährleisten.